Musik Hallöchen und alle Multiplayer-Freunde und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Diesmal mit einem Überlebenskampf mit der sympathischen Smiley von SPZ-LP. Ja, sympathisch ist mir echt halt. Dann mit dem Killer-Ride und mit dem Teamkiller schlechthin den Trantobaki. Hallo, was gekonnt sein muss, muss gekonnt sein oder irgendwie sowas. Genau, Experte für Teamkills. Ich würde sagen wir bleiben hier, zunächst mal zwei in die linke Ecke, zwei in die rechte Ecke. Die rechte Ecke hat aber einen toten Winkel, das wisst du. Ja, alle haben hier einen toten Winkel. Außer dort, wo ihr steht. Ja, nicht zwangsläufig. Aber wir können über Kreuz schießen, das ist ganz gut. Ich seh' gerade gar keinen. Ich seh' gerade gar keinen. Zum Glück habe ich schon einen Klick hier. Gut. Ich erscheine, dass ich in den Wald nicht erwische. Du musst nach rechts schießen. Da kommen sie nämlich auch noch. Also du schießt in die Richtung und ich schieße in die Richtung. Ja. Ah, da kommt der letzte. Ne, da kommen noch welche. Keine Angst. Ja, zwei von links. Die Welt ist noch nicht mal zur Hälfte voll. So schieße ich genau in deinen Kopf. Sehr gut. Ja. Boah. Was? So, von rechts kommt einer irgendwo. Ich nehme mal die Ecke hier und du nimmst die andere, oder? Probieren wir es mal so. Vorsicht, Fox. Weg da. So, das ist toll. Warum redet die automatisch raus? Hallo. So, das war der. Also ich hoffe, ich treffe dich jetzt nicht im Kopf. Kein Problem, du bist halt tot. Ja, aber ich fühle mich nicht. Lebenskampf gibt es glaube ich kein fremdlich bei. So, das ist Nummer 10. Jetzt müsste auch der andere kommen. Ja. Ja. Sehr nice. Sehr nice. Braucht ihr Stuff? Moment, noch nicht. Ja, ich nehme mal ein bisschen. Ich gebe, glaube ich mal hier hinten. Hier kann man die Lücke besser treffen. Da hat die Smiley mich nicht vor der Nase. Na? Hier hin. Gut, super. Der Keks, ey. Haha. Oh. Scheiße. Moron. Oh. Okay, super. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Ah, nicht der Keks, ey. Ich habe keine Keks, ey. Da hockt noch einer hinterher. Was, 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 was? Wo denn? Boah, Alter, auf einmal spawnen sie alle, ey. Ich glaube, ich spinne. Ist klar. Ist klar. Drehst dich um, 30 Pupels da, ey. Ich spinne. So, einer kommt von Rechtsseite unten. Und zwei sind noch auf der anderen Seite. Kommt auf den Pax zu. Er ist weg. Ja, das ist manchmal auch hier so ein toter Winkel. So, noch. Noch einer. Leck mich doch in der Tasche, ey. Ich hol mir erst mal die Kohle. Ja, warte. Da läuft noch einer. Ja, ja. Ja, warte und greift sich die Kohle ab, dir, ey. Du brauchst das Geld für Munizior, du Pupel. Das war die Smiley. Ne, ne, nicht den letzten, den anderen. Ne, aber der letzte war die Smiley. Ja. Oh, super. So. Oh, Munizior. Munizior. So. Sehr nice. So. Welle 3. Ich bin dabei. Jeden, Alter. Von rechts kommen welche, von links kommen welche. Smiley, packst du das? Noch, ja. Boah, ich muss laden. Komm mal. Hab's ja. Okay. Hast du geladen? Ja. Nur noch 2 von rechts, 3 von rechts. Lade. Geht's wieder in Sicherheit? Von vorne. Shit. Van kommt. Ja. Haut ab wieder. Zurück. Smiley. Ja. Bin ich. Äh. Okay. Kein Problem, kein Problem. Box, Van. Ja. Oh. Na. Ich bin die Eier weggeschossen, Alter. Die Ecke da hinten ist scheiße, wegen dem Grünzeug. Was für eine feige Drecksau, oder mal. Von links kommt einer. Sehr gut, Smiley. Sehr gut. So. Sehr nice. Oh, das wird dann mehr Gegner haben. Wer merkt das? Nachladen. Munitionen und Dings aufnehmen. Muss mal kurz ins. Inventar. Kommt, äh. E. Wetter. Hubschrauber, ja. Hm. Wohl, schnell die Dingsbums. So, die hab ich mir jetzt geschnappt. Weil. Ach, das war ein Fuchs. Das meinte, ich komm mal zu dir. Okay. Okay. Komm mich raus hier. Du deckst den Gang. Ich deck da hinten. Da hinten. Ich hab keine Lenkrakete. Ich saß bloß so. Vorweg, ne. Hm, wenig Gegner. Komm noch. Abwarten. Ah, der Hubschrauber kommt. Die aber auch ziemlich offen hier. Das ist scheiße. Gehen wir mal wieder zum Dranthu. Das war so, mein Heli. Sehr nice, super. Komm wieder zu dir, äh, Smiley. Ja, doch. Okay, übernehme. Hab's auch. Sehr vorsichtig. Oh, Schweine. Komm noch, jede Menge. Hm. Geh mal rein. Vorsicht, ja. Die laufen. Ist mir so komplett. Ja, doch. Okay, übernehme Sicherung. Bin fertig. Okay. Das Problem ist, wenn ich da reinhalte, dann bin ich von rechts ziemlich offen. Mhm. Ich hab den Gang wieder. Sehr gut. Oh, der Fox genötigt sieht sich zu schießen auch mal. Ich hab für den Heli weggemacht. Geh mal rein. Okay. So. Ist noch einer hinten? Ja. Ja. Ah, der kommt jetzt. Jetzt weg ist er. Zack, zack. Gut. Keinen einzigen Schuss abgefeuert. Sehr gut. Ey, machst du auch mal was dran, Tobaki? Kann ich auch machen, wie du das immer gesagt hast zu mir. Auch mal. Ich hab volle Panzerung. Ihr könnt die Panzerung holen hier, wa? Erste Hilfe-Kasten. Panzerung, ja. War ich. Sehr gut, Smiley. Panzerung hier. Äh, bin wieder im Dings drin. Komm ich mal hier in Stellen. So, beim Fox ist direkt einer. Da war einer, meinst du? Komm, durch. Den Gang. So, der Zaun muss weg. Und es regnet noch. Oh, wo steht denn da einer? So. Ey, du Sack. Hey. Und wo schießen die Drecksäcke? Äh, Fox, man. Ja, mir direkt schon die, ähm, Schutzweste weggeschossen, der eine da. Je nachdem, wo die treffen, bist du auch direkt mal. Sag, der Baum ist scheiße. Komm von. Sehr gut. Ja, da, fertig. Machen wir weiter. Ja. Wie er was für'n Breakdance auf den Boden macht, ey. Na, du Sack, ey. Stirb. So. Achtung, die Zweite werden. Am geilsten finde ich, wenn sie um die Ecke glitschen und dann dich direkt beschießen. Das ist immer sehr geil. Dritter Van. Von oben, von Fox. Einer kommt noch von oben. Bei dir, Fox. So. Das war's. Da kommen noch welche. Noch zwei. Ja. Noch einer. So, mit den letzten Schüssen, Alter. Ich brauch schon wieder ne Schutzweste. Ja, ich wär' ganz cool, wenn ich auch eine trinken würde. Na, wir liegen ja genug rum. Jetzt müsste Helikon machen. Oder? Ja. Das sind doch genug. Hol dir eine. Nee, Helik's noch nicht. Ich will mir da vorne, die. Einen brandenden Auto. Hm? Ich hab' erstmal ein paar Haftbombenplätze. Ja, Regen ist auch neu, oder? Nee, der war schon. Der war schon immer. Oh. Fettes Scharfschützengewehr. Ich bin wieder im Versteck drin. So. Ich komm' auch. Und so. Und so. Und so. Okay, beim Fox sind ganz viele. So und so. Ja. Branto müsstet ihr eigentlich kriegen? Ich hab's hier nicht. Okay. Mich hat sie weggemacht. Von rechts kommen noch zwei. Boah, bei mir ist es noch ruhig. Von vorne kommt ein Van. Kann noch kommen. Fährt die Straße lang. Noch einer. Und ganz viele von links. Jetzt kommen bei mir ganz viele langsam gleich. Ja. Langsam gleich. Äh, Fox. Bei dir, Van. Okay. Rechte Seite, zwei. Oh, fasst das ganze Leben weg. Da kann ich... ...übernehmen soll. Oder weggespringt. Was war das denn jetzt? Oh, shit. Hey, I don't want to fight with you. Glaubt das, Smiley? Ja. Glaub schon, du Arsch. Noch zwei Vans und einer. Der hockt da. Müsste ja Dranto kriegen. Ja. Van. Von rechts noch einer. Äh, äh. Wir müssten unsere Hubbombe immer nur so hinstellen, wo jetzt die Vans anhalten, wirst du? Und dann einfach hochjagen. Wenn man sagen. Geh mal rüber. Da war nur noch einer da. Such ihn. Hm, okay. Leben ist wieder halbvoll. Ah, ich seh ihn schon. Ich hol mir mal die Schutzweste, weil die spawnen ja dann gleich sowieso nach. Sehr gut. Nice. Ja, ich muss mir auch wieder eine holen. Meine ist komplett weg. Das Schöne ist, wenn du die am Ende der Welle holst, kriegst du am Anfang der Welle wieder eine neue. Weißt du? Ja. Da klaut sie mir die Kohle. Entschuldigung. Nee, ich wollte eigentlich nur die, ähm, Lebensdingsbums, weil mein Leben fast weg war. Okay. Schutzweste ist immer noch eine da. Ja, hab. Wie viele Wellen hat das Ding? Zehn, ne? Ja. Ich bin froh, dass, äh, vorne, links, äh, unten, links, kommt einer. Ja, ich weiß, ich, ich muss hier erstmal schnell, da hab ich nichts zum Schießen für ein Heli. Du bist so verrückt, du! Du bist so verrückt, du! Oh, 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 oh. Boah. Stirb. Du sollst sterben, das gibt so Lado. Wir sind fertig. Hab sie. Nice. Noch einer? Nicht erkannt. Der war, das ist ja ein Kollege. Jetzt, das seh ich wieder, Walter. Aufm Radar. Sei Hubschrauber. Boah, zwei Stück Hilfe. People von links. Ey, stirb. Shit, daneben. Mehrere. Komm mal zu dir ein bisschen dran, du. Ja, da, shit. Vorsicht. Ja. Das Problem ist, wenn der Hubschrauber mich erwischt. Hab's wieder. Ich hab einen Schützen rausgeschossen. Ja, ich hab den Hubschrauber-Heli-Dings rausgeschossen. Ich hab die jetzt abgestürzt. Hallo. Tastisch. Sehr gut. Shit. Ich hab aber keine Raketen mehr. Kein Problem. Lade. Ja. Ich hab mir den Hubschrauber. Fuck, scheiße, der hat mich weggepostet. Wo ist das Drecksinn? Come on. Du siehst den nur, wenn du ein bisschen auf die Straße gehst. Das ist bloß Schiss, ne? Wo hast du deine Hände gekommen los? Ja, ich seh noch keinen. Kommt er jetzt den Gang lang? Ja, jetzt kommt er. Ja, jetzt nicht Gang. Außenrum. Okay. Lass den Eis weg machen. Weg. Der Heli kommt. So, vorsichtig jetzt. Oh, da oben. Ja, hat mich erwischt. Okay. Take him down. We are the world. Guck, dran tut zu, wie er die Wand anguckt. Nee, ich hab geschaut, dass ich an Waffen habe. Das war die falsche Waffe. Ah, das ist sch... Mit dem Feuerwerk. Wir kann ich schon das Ding weg, ähm... Vier. Vier. Drück vier. Vier? Ja. Ah. Schilze. Uh, ich würde nicht so ganz... Ja? Der ist links neben dir. Ah, das sieht gut aus. Ja. Nein, du musst, äh... Das Ding hat eine Zielvorrichtung, oder? Keine Ahnung. Ich schieße das erste Mal, glaube ich, damit oder so. Du musst warten, bis es rot ist. Nee, das waren die Lenkraketen, würde ich sagen. Hat sie doch. Die hat doch eine Lenkraketen. Rechte Seite ein bisschen. Ja, genau da. Ein bisschen noch. Ein bisschen rechts. Warte, warte. Warte, warte. Jetzt kommt da rechts. Das andere rechts. Ah, okay. Ich verstehe. Und jetzt... Ja. Nein, es war rot. Warte mal, kann das sein, dass der landet? Der landet. Ah, gut. Boah. Ah, der ist abgeschmiert. Dann habe ich ihn vielleicht auch getroffen, kann das sein? Mit dem letzten... Vielleicht ihn fast ein bisschen gespeiften, das ist auch schon ausgereicht. Also irgendwie mussten wir getroffen haben. Puh. Okay. So, direkt die, äh... Schutzwesten. Ja. Hol dir. Ah, jetzt hab ich geholt. Na, scheiße. Ich schau mir da vorne, die. Beeil dich aber ein bisschen. Ja. Ja. Bin schon auf dem Rückweg. Hm. Ja, bin wieder drinnen. Ja, bin wieder drinnen. So. Den hab ich gar nicht gesehen. Der ist geleckt. Der ist sack. Der ist jetzt auch geleckt. Der hat mir mit einem Schuss, hat der mir die ganze Dings weggehauen, ja? Mir auch, ja. Van, rechts oben und mehrere von links unten. Piepels, ich lade schnell noch nach. Einer kommt durch den Gang. Ja, bin wieder bereit. Meine Fresse. Sind ausgestiegen. Sind beim Fox. Okay. Alter, der dreht sich um. Und im Umdrehen schießt der auf mich. Ist klar. Der trifft mich auch noch. Geht das im Gang? Ja, noch geht's. Mal Dings holen. Weg da. Er hat mich mal gekillt. Was denn noch? Wer auch immer jetzt vor mich gelaufen ist, sodass ich den Schuss abgekommen hab. Das war mein Fehler. Ich wollte nämlich eine Handgranate reinwerfen. Rottung, Van, vier Stück. Also drei Stück. Guck mal zum Dings. Ja, die steigen aus. Boah, wo ist denn der weggeleckt, Alter? Ja, der ist ganz schön weggeleckt. Ja, ich bin auch gleich fast weg. Oh, mein Gott! Oh, du! Von rechts kommt einer. Und von links ist noch einer. Ich glaube nicht, dass es was war. Das ist noch zu voll, eigentlich. Ich glaube nicht, dass es was war. Das ist noch zu voll, eigentlich. Ich glaube, ich stelle mich dahin, wo Smiley steht. Weil... Wo? Ich bin da. Nehme ich mir mit. Irgendwo. Ja. Ich stelle mich dahin, wo Smiley steht, weil ich ja das größere Magazin habe. Für den Gang abzudecken. Ich habe keine Weste, nichts mehr. Wird alles angezeigt, aber da liegt nichts mehr. Stell dich hinter dran, du. Na kommt, ihr Spacken-Kinder. Jetzt kommt noch mal Helix, das steht fast. Boah, Gatling. Ich habe auch ihn aufgesammelt. Die haben Gatling. Lade. Noch einer von links, einer von unten. Zwei, mehrere. Boah, leck das, ey. Alter, ich tue ein halbes Magazin reingehauen und er lebt noch. Achtung sehr, dein Fox. Ja, ja, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Ganz viele. Von vorne. Boah! Na, zu spät, Scheiße. Komm schon. Okay, ihr habt es erledigt, oder was? Na, kommt, ihr Spacken-Kinder. Na, kommt, ihr Spacken-Kinder. Bitte. Oder wie? Lade. Mh-mh. Mh-mh. Mich schießt irgendwo jemand. Boah! Von links kommt ein Van wieder. Ich glaube, der hat mich weggeballert Komm aus der Ecke raus, du Pennerkind Das gibt's doch gar nicht Lade Ich bin gleich tot So, noch einer Oh, tot Jedes Mal, wenn du dich davorstellst, schießt der mich vorher ab Ist ja gut Du musst es Lade Ich würde mich jetzt auch hier einstellen Private Property Back off Willst du den Gang übernehmen dann? Geht das so, kannst du an mir vorbeischießen Ja Ich bewege mich nach rechts und du bewegst dich nach links, ne? Denk aber dran, die schießen auch von vorne Minigun und RPG Shit Stimmt ja, jetzt kommen dir die Jetzt kommen dir Virelli Gums, gums Da war noch einer hinter dem Van hinten Und einer von rechts Ja, zu spät Komm da raus aus deiner Ecke Was ist denn los, Fox? Ja, du warst genau Der Heli hat die Sicherung Ja, bin ich fertig Ach ne, der Heli kommt von der anderen Seite Wir holen uns erstmal die hier Ach, das ist ja schon wieder 10 Hubschrauber von vorne Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte Boah, er legt das Er ist tot Ja Versteck dich rechts hinter mir Komm nicht mehr weiter zurück Musst du oben vorne rum Will dich nur gerade nicht, wenn er schießen muss Hinter dem Van sind welche Komm ich aber nicht hin Ich sag's dran, Tobaki Weil ich ihn gerade Muss gleich laden Ja Lade Ja Boah, weg Shit, eine, ähm, Dings Minigun Hm? Ah, das wird erledigt Alter, die kommen jetzt nur mit Miniguns, ey Ah, wahrscheinlich vom Hubschrauber So Das wär's jetzt, ne Wir hätten dann alle Wellen überstanden Warte, warte Noch ist nicht aller Tage Abend Ja, eben Hätten Meine ich ja Hätte, hätte Würstchenkette, sagst du? Wenn nicht, es gibt so viele Miniguns, die da rumliegen Yeah Ja Was mein dir, was ist denn hier? Sehr geil Noch sind wir Hier ganz verkrummelt Scheinbar nicht fertig, oder? Schaut dir ein verbliebener Gegner aus? Ja, das ist, äh, der spinnt manchmal Der muss das erstmal fressen, saurig Wo ist der scheiß Gegner? Alter Ja, irgendwo schiebt nur einer auf mich Jetzt Nee, jetzt Ist gestorben, okay Yeah, sehr geil, schön Wuhu Sehr gut Sehr geil Das war wohl ein Überlebender 30.000 Ocken, alter Sehr geil Nice, sehr gut Haben sie's erhöht, sehr schön Freut mich Das wär's dann für diese Jo Machen wir einen kurzen Break Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao